Wenn Sie an der JLU studieren, ist Ihre Chipkarte gleichzeitig Ihr Leseausweis. Wie auch Nichtstudierende einen Leseausweis erhalten können, zeigen wir, nachdem wir die Passwortfrage geklärt haben. Denn um Bücher und andere Medien verlängern, Vormerken oder mittels Selbstverbucher ausleihen zu können, benötigen Sie ein sogenanntes Ausleihpasswort. Das Ausleihpasswort können Sie als Studierende am bequemsten über unsere Homepage selbst erstellen. Klicken Sie unter Direkte Links auf Ausleihpasswort setzen und geben auf der nächsten Seite Ihre Chipkartennummer ein. Nach dem Absenden erhalten Sie einen Link an Ihre Unimail-Adresse. Dieser Link führt zu einem Formular, in welches Sie Ihr neues Ausleihpasswort eintragen. Studierende der Justus-Liebig-Universität können jetzt abschalten. Auch andere Personen oder Studierende anderer Hochschulen können einen Leseausweis bekommen. Interessierte, die in Hessen-Rheinhessen für die Dauer von mindestens 3 Monaten einen Wohnsitz haben und älter als 16 Jahre sind. Studierende anderer hessischer, rheinhessischer Hochschulen. Studierende aus dem Ausland, zum Beispiel aus dem Erasmus-Programm und Gastwissenschaftler. Beschäftigte der Justus-Liebig-Universität. Personen unter 18 Jahren müssen einen Bürgschein vorlegen. Das Formular zur Beantragung des Leseausweises finden Sie auf unserer Homepage. Nutzen Sie gerne auch die Links in der Videobeschreibung. Sobald Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie auf den Button Absenden und drucken es aus. Alternativ können Sie das Formular auch direkt im Foyer der UB an einem mit Leseausweis PCs ausfüllen. Geben Sie das Formular innerhalb von 14 Tagen zu den üblichen Kassenzeiten an der Ausleihtheke ab. Außer in der UB im Fill 1 können Sie den Ausweis auch in der Zweigbibliothek Natur- und Lebenswissenschaften oder in der Zeughausbibliothek erhalten. In letzterer müssen Sie jedoch eine Wartezeit von 2-3 Tagen einkalkulieren, bevor der Ausweis abholbereit ist. Der Leseausweis kann nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit Meldebestätigung des Einwohnermeldeamtes ausgegeben werden. Weitere Informationen zum Leseausweis und weiteren Themen finden Sie auf unserer Homepage, unserem YouTube-Kanal und in der Videobeschreibung.